Ja, genau. Dann mach ich jetzt mal eine Nummer. Ich weiß gar nicht, wie wir in der Zeit sind, aber es ist auch relativ alles, ne? Ja, genau. Das ist immer, warum ich dann auch ganz lerne. Vielen Dank, vielen Dank, Flo. Ich hoffe, es gefällt euch ein bisschen. Ihr könnt eine Publikumsreaktion dazu abgeben, die in solchen Lauten besteht. Wollt ihr sowas machen? Ich habe euch was gefragt. Könnt ihr bitte antworten, wenn ich mit euch... Ich habe hier extra eine Anlage, damit ihr mir zuhört. Okay. Das hat ja nicht so gut geklappt. Ihr seid das gewohnt, dass man sich unterhalten kann und man trotzdem sein eigenes Wort nicht versteht. Solche Konzerte habe ich auch selber eigentlich lieber. Aus einer Ermangelung einer Band mache ich das heute mal so. Ich wollte das jetzt auch öfter machen, also wenn ihr mir ein bisschen positives Feedback gebt, das ist ganz geil. Jetzt muss ich mir eine andere Freizeit beschäftigen müssen wir. Okay, er ist auch ganz neu, es ist quasi eine neue Welt. Dankeschön! Jawoll! Flo ist gut. Wir brauchen dich hier immer in der ersten Reihe. Er ist ganz neu in der Song, er heißt der Come a little closer. Tschüss! So? Mordi! Söp! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020